So, aber Gesundheitsminister Lauterbach will uns ja in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen eine dicke Dosis verpassen. Aber sind wir denn gegen solche Hackerangriffe in dem Bereich dann überhaupt gut aufgestellt? Müssen wir drüber reden. Mit unserem Digitalexperten Jörg Schieb. Jörg, elektronische Patientenakte. Wie viel Sorgen muss ich mir denn als Patientin jetzt mit meinen Daten wirklich machen? Also ich möchte gleich mal eine Geschichte erzählen, die unter Sicherheitsexperten schon lange kursiert. Nämlich es gibt nur zwei Arten von Unternehmen. Die einen wurden schon gehackt und die anderen haben es noch nicht mitbekommen. Also das heißt also, das Risiko gehackt zu werden ist leider sehr, sehr hoch. Aber jetzt bei den Gesundheitsdaten, das sind natürlich sehr persönliche, sehr sensible Daten. Da muss man natürlich das Bestmögliche tun, um Sicherheit zu gewährleisten. Man muss die Daten verschlüsseln. Das reicht aber nicht aus, weil möglicherweise ja dann über Mitarbeiter, die gehackt werden, zum Beispiel darauf zugegriffen werden kann. Man darf sich da keine Illusion machen. Hundertprozentige Sicherheit wird man niemals versprechen und auch niemals erreichen können. Man muss das Menschenmögliche tun, um die Daten zu schützen. Und ich glaube, das kann man auch. Da kann man ein sehr hohes Niveau erreichen. Denn Digitalisierung, gerade im Gesundheitsbereich, bringt eine ganze Menge Vorteile für alle. Komfort, Kostenersparnis und auch was für die Wissenschaft. Und das sollten wir auch im Auge behalten und unbedingt verfolgen, denke ich. Deine kleine Anekdote gerade. Sind denn die Hackerangriffe auch eine Folge davon, dass Unternehmen all die Jahre einfach zu wenig in ihre IT-Sicherheit investiert haben? Das stimmt leider. Das gilt nicht nur für große Unternehmen, auch für kleine, auch für uns Privatmenschen. Wir sind alle noch ein bisschen zu naiv, zu gutgläubig und denken, das geht bei uns schon irgendwie gut. Man kann das immer wieder beobachten. Wenn ein Unternehmen dann angegriffen wurde, auch ein Medienunternehmen zum Beispiel, dann fängt man plötzlich an, umzudenken. Leider gilt ja auch der Spruch, there is no glory in prevention. Also es lohnt sich nicht, Prävention zu betreiben. Das stimmt aber nicht. Wir müssen alle uns besser informieren. Wir müssen alle mehr Awareness haben, darüber uns im Klaren sein, dass wir jeder Einzelne angegriffen werden können, zielführend Angriffe werden können, weil wir ja Mitarbeiter sind, vielleicht irgendwelche Zugriffe haben auf irgendwelche sehr interessanten Systeme. Das geht durch alle Kategorien durch. Wir müssen mehr Grips und auch mehr Geld investieren. Deutschland braucht ein Update im kleinen Zuhause und im großen, haben wir heute noch mal gemerkt nach dem Hackerangriff. Jörg Schieb, unser Digitalexperte, ordnet uns das ein. Danke dir.